So meine lieben Freunde, jetzt gibt es hier zu ganz, ganz später Stunde, mitten in der Woche noch ein Late-Night-Video. Das liegt einfach daran, dass ich heute kein Video hochladen konnte, da irgendwas mit der YouTube-App nicht funktioniert hat. Da gab es wohl Issues oder Glitches, ich weiß nicht, wodurch die verursacht wurden, jetzt geht es auf jeden Fall, ein Glück wieder. Und in diesem Video geht es jetzt um die mögliche Vertragsverlängerung von Jeremy Dudziak laut der Bild-Zeitung. Und die Bild berichtet auch über die Probleme in unserer U23 und deswegen möchte ich mit euch nochmal kurz drüber sprechen, denn heute gab es auch wieder ein Regionalliga-Nord-Ost-Spiel für unsere zweite Vertretung von Hertha. Und Hertha hat leider wieder 3-0 Cottbus verloren. Wenn euch die Themen interessieren, bleibt gerne dran. Auf dem zweiten Kanal findet ihr ganz viele Videos. Ich weiß nicht, wann ihr dieses Video seht, morgen kommt auf jeden Fall der Vorbericht mit einem Kiel-Fan raus. Danke nochmal an Nille für den Talk. Es kommt auch der Vorbericht natürlich auf dem Hauptkanal raus. Wir haben da auch ein paar Reactions, könnt ihr gerne abchecken, da ist genug Content für euch am Start. Und wenn ihr das Video seht, heute, also am Mittwoch, dem 28., machen wir einen XXL-Stream. Ab 19 Uhr auf Twitch, 19 Uhr, 19.15 Uhr. Erst mit Flo von der Strickloge und dann auf die Folge von Hertha Base mit Tom Herrich und Fabi Drescher. Die geht über zwei Stunden, da reagieren wir drauf. Also wird morgen bestimmt ein 5- oder 6-Stunden-Stream. Freue ich mich, wenn ihr dabei seid. Heute ist wahrscheinlich mein letzter Stream vorm Urlaub und dann sehen wir uns ja erst in 14 Tagen wieder, zumindest auf Twitch. So, lasst uns aber loslegen und lasst uns anfangen mit unserem Nachwuchs. Die haben heute wieder gespielt. Ich glaube, das ist jetzt die vierte Niederlage im fünften Spiel. Wir haben 3-0 bei Energie Cottbus verloren. Ich meine, gut, die sind letztes Jahr erster geworden, dann trotzdem nicht aufgestiegen. Gelten als absolutes Top-Team. Spielen auch wieder um den Aufstieg. Kann passieren. Drei Tore durch Kampulka und Doppelpack Kraus. Aber auch unsere Aufstellung. Da waren ja auch wieder einige dabei, die eigentlich dem Profikader angehören. Viererkette mit Straßner, Hoffmann hat Innenverteidiger gespielt mit Morgenstern. Das Silberrechtsverteidiger. Auch ein bisschen ungewöhnlich. Bilal Hüseyin und Bradley Ibrahim. Eigentlich ja unsere Doppel-6 der Zukunft. Oder man hätte gedacht, vielleicht auch unsere Doppel-6 der heute Zeit, also zumindest ist die Spielzeit bekommen. Die haben beide gespielt. Schicker Sinski links, Benatira rechts und Doppelsturm mit Nader und Scheran. Zumindest steht es hier so, ich habe es nicht live gesehen, beim Kicker aufgelistet. Das sind auf jeden Fall die elf Mann, die reingegangen sind. Später kamen noch Röcke, Truß und Kesik rein. Trotzdem hat man das Spiel wieder mit 3 zu 0 verloren. Und man steht jetzt in der Tabelle weiter auf Platz 13 mit 22 Spielen. Hat man allerdings auch schon zwei, manchmal ein Spiel mehr als einige andere Klubs da unten drin. Und ist nur noch zwei Punkte von einem möglichen Abstiegsplatz von Lok Leipzig entfernt. Zur ganzen Wahrheit gehört natürlich dazu, dadurch, dass es ja immer darauf ankommt, wie viele Ost-Klubs quasi aus der dritten Liga absteigen, wird wahrscheinlich nur Platz 17 und Platz 18 absteigen. Auf Platz 17, Berliner AK, hat Hertha immer noch acht Punkte Vorsprung. Also da müsste schon viel passieren, dass man das auch noch verspielt. Aber wenn es so weitergeht, ist auch das natürlich nicht unmöglich. Und ich hatte ja am Montag schon ein Video dazu gemacht, dass sich Zecke laut der Bild-Zeitung wohl darum bemüht, den Babelsberg- und den Viktoria-Berlin-Trainer zu verpflichten und Stefan Schmidt zu ersetzen, mit dem man nicht ganz zufrieden sein soll. Jetzt sind noch ein paar Details von der Bild zumindest, ich weiß nicht, woher sie diese Infos haben. Über merkwürdige Kabinenansprachen, dass er die Mannschaft nicht richtig hinter sich bekommen hat. Und auch, dass man nicht zufrieden ist, wie sich eben die Talente dort entwickeln, die dann dort eben Spielzeit sammeln. Also dass es da keinen Spieler gab, der aus der U23 kam und dann eben eine Alternative war fürs Profiteam. Wenngleich ich auch nochmal dazu sagen muss, ein U23-Trainer hat es auch extrem schwer. Ja, gerade wenn man so viele Talente hat wie unsere Hertha, die auch für den Profikader in Zukunft geplant sind. Denn ich will ihn jetzt da nicht zwangsläufig verteidigen. Ich hatte mich nach der Saison bei der U17, wie es punktemäßig gelaufen ist, für Stefan Schmidt eh ein bisschen über die Beförderung gewundert. Aber er hat es ja auch nicht leicht. Guck mal, wie viele Spieler aus dem Profibereich immer nicht Platz finden im Kader und dann runter zu U23 sollen. Klar, da kann man jetzt sagen, da freut sich doch ein Trainer drüber, weil er individuell gute Spieler bekommt, die er einsetzen kann. Die Möglichkeit haben natürlich andere Mannschaften nicht. Aber so ist es natürlich schwer, eine Einheit zu bilden oder eine Basis zu schaffen. Und da sollen wohl auch einige Spieler in der U23 schon extrem unzufrieden darüber sein, dass ihnen mehr Spielzeit versprochen wurde, als sie letztendlich jetzt bekommen haben. Ich weiß aber auch nicht, wie das in der Praxis abläuft. Ich meine, wenn jetzt unser Profiteam sagt, in Form von Pahl oder wer auch immer, ja, hier hast du mal die drei, vier Spieler, Bilal Hussein, Bradley Ibrahim, die sollen alle Spielzeit bekommen. Setz sie mal bei dir ein. Ja, dann sind vielleicht andere Spieler frustriert, die eigentlich Stammspieler wären unter Stefan Schmidt. Also es ist keine leichte Situation. Jetzt soll er laut Bild, keine Ahnung, ob es stimmt, auch die Kabine noch verloren haben. Es ist wirklich nicht einfach. Die Entwicklungen, ja, kann man vielleicht schon so sagen. Christensen hat ab und an mal ganz gute Leistungen da gebracht. Der Richard knippt es ja eigentlich gefühlt immer fast, wenn er da spielt. Hat ja schon sechs Tore nach Regionalliga-Mannschaft gemacht. Bilal Hussein hat mal da gespielt, jetzt Bradley Ibrahim. Ich weiß nicht, ob wir, ob unsere Spieler derzeit wirklich da in den Spielen darauf vorbereitet werden, dann wirklich auch eine Hilfe zu sein in der ersten Mannschaft. Gefühl hat man das irgendwie nicht. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das schreibt auch die Bild-Zeitung. Wir haben ein paar zu viele Spieler vielleicht, die sowieso keine Rolle mehr spielen werden im Profibereich. Also zum Beispiel, wir haben jetzt Nada Jendawi. Gut, der war ja ab und an sogar noch eine Option im Profikader und hat ja auch das eine oder andere Mal gespielt. Viele von euch fordern den ja auch in der ersten Mannschaft. Dann haben wir Maurice Czovic, ist ja auch schon 25. Der wird sicherlich auch kein Profi mehr, zumindest nicht bei uns. Dann haben wir Marlon Morgenstern vor der Saison wiedergeholt, wobei der ja eigentlich noch recht gute Leistungen bringt, muss man ja auch mal dazu sagen. Vielleicht brauchen die auch ein paar erfahrene Leute. Ja, aber dann ist es halt schwierig, Jugendspieler einzusetzen und dass alle zufrieden sind. Nicht wirklich einfach. Vielleicht ist es jetzt auch ein bisschen übertrieben dargestellt. Mal gucken, was in den nächsten Wochen passiert. Ich meine, Michael Hartmann, unser ehemaliger U-Mannschaftstrainer, der wäre ja jetzt wieder zu haben. Ist ja nicht mehr bei Bayern, hatten sich ja da getrennt. Er hat uns ja damals in Richtung Bayern verlassen. Vielleicht hat der ja nochmal Bock. Wild spekuliert schon darüber, dass Stefan Schmidt eigentlich in den Herrenbereich will und gar nicht in den Jugendbereich bleiben will. Und sagt auch, dass er nicht so wirklich der Talent, der Entwickler ist. Dann fragt man sich, was macht er denn dann überhaupt im Jugendbereich und warum wird er denn dann befördert, wenn es eben so war. Mal gucken, wie die Reise da weitergeht. Ich meine, am Anfang in die Saison sind sie ja richtig gut gestartet. Da dachte man schon, ey, spielt jetzt unsere zweite Mannschaft wirklich mal um Aufstieg mit in der Regionalliga? Ob man das sich dann finanziell leisten möchte, in die dritte Liga zu gehen, auch mit weiteren Anfahrtzeiten und so weiter, ist eine andere Frage. Aber das wäre natürlich für den Berliner Weg langfristig gesehen schon zielführend. Wenn wir eine zweite Mannschaft hätten, die in der dritten Liga spielt, dann brauchst du auch nicht so viele Spieler immer verleihen. Und es ist auch attraktiv für viele Talente, die man holt, wenn man selbst sagen kann, ja, kannst du es bei uns in der ersten Mannschaft schaffen oder in der zweiten Mannschaft. Da spielst du aber auch schon in der dritten Liga und bist Profi quasi. Mal gucken, wie es da weitergeht. Die Entwicklung ist auf jeden Fall ein bisschen besorgniserregend. Absteigen dürfen die auf gar keinen Fall. Das wäre richtig schlimm für unseren Berliner Weg. Ich bin gespannt, was da die nächsten Wochen noch so passiert. Scheint jetzt auf jeden Fall ein Thema zu sein, mit dem sich die BILD mehr beschäftigt. Aber nach diesem Ergebnis wahrscheinlich umso mehr. Mal gucken, was da mit Stefan Schmidt passiert. So, und jetzt kommen wir zur schönen Nachricht für meine Begriffe, weil ich ihn sehr mag als Spielertypen. Jeremy Dudziak soll laut BILD-Zeitung wohl bei uns verlängern kurzfristig. Also kurzfristig soll er verlängern. Ob es, wie langfristig das dann wird, wird man sehen. Es gab ja wohl damals diese Klausel, wo der schon öfter berichtet, dass er bei Aufstieg von uns sich seinen Vertrag automatisch bis 2025 verlängern würde. Das sieht ja derzeit nicht gerade so aus, als ob wir noch aufsteigen würden. Freitag wissen wir wieder mal mehr. Deswegen möchte man jetzt Nägel mit Köpfen machen und ihn fest verpflichten. Ich meine, er ist sehr, sehr flexibel einsetzbar. Nach seiner schwierigen Zeit bei Fürth und auch seiner Laie in der Türkei, wo dann das Erdbeben war, hat er für meine Begriffe gleich wieder gezeigt, was für ein guter Spieler er ist, was er ja damals auch schon bei St. Pauli und dem HSV und auch in Fürth gezeigt hatte. Und macht für mich absolut Sinn. Ich meine, bisher performt Barkok auch nicht so, dass man sagt, den will ich unbedingt behalten. Wird man auch sehen, wie das weitergeht. Auch ein Buralakis immer wieder mit Fehlern, auch wenn ich ihn viel verteidige und ihn als sehr, sehr spielintelligenten Spieler sehe. Wenn er so spielt, so konstant fehlerbehaftet, dann bringt es uns natürlich auch nicht weiter. Und dann macht es natürlich aus meiner Sicht absolut Sinn, mit Dutziak zu verlängern. Ich meine, er hat noch nicht viele Spiele bei uns gemacht. Acht sind es nur an der Zahl. Trotzdem hat er mich meistens überzeugt. Er hatte mich eh gefragt, warum man ihn jetzt nicht mal eingewechselt hat gegen Eintracht Braunschweig. Dann auch für Barkok, der für meine Begriffe auch neben Buralakis einen rahmenschwarzen Tag hatte. Hatte aber auch eine schwerwiegendere Verletzung. War ja damals eine Sprunggelenksverletzung oder irgendwas am Fuß. Seit Oktober hatte er ja gefehlt und es hat echt lange gedauert, bis er sich zurückgekämpft hat. Vielleicht ist er auch einfach noch nicht topfit. Auf jeden Fall wird jetzt auch schon von der Bild spekuliert. Könnte ich mir auch vorstellen, werden wir heute in der PK dann hören, dass Dutziak vielleicht von Anfang an spielt im defensiven Mittelfeld. Ich hatte ja Dutziak mal gefragt, als ich ihn getroffen habe. Er meinte schon, zentral fühlt er sich am wohlsten. Aber er hat es als Linksverteidiger auch gut gemacht. Pahl sagte ja mal, er sieht ihn eher so als Linksverteidiger. Vielleicht stellt er ja auch Karbovnik zum Beispiel ins Zentrum, der jetzt immer mutiger wird, auch in seinen Dribbling-Aktionen nach vorne. Vielleicht stellt er auch Karbovnik neben Clemens auf und packt Dutziak wieder auf die Linksverteidiger-Position. Zukünftig wäre er auch denkbar als Szenario, wenn man mit ihm verlängert. Wir werden ja eh einen Umbruch haben, wenn zum Beispiel Kenny ein Angebot bekommt, der ja bei uns immer noch Topverdiener ist, ist, dass man mit Dutziak links spielt und Karbovnik rechts. Ich meine, Karbovnik ist ja eh Rechtsfuß, beziehungsweise eigentlich beidfüßig, kann beide Seiten bespielen. Also ich fände eine Verlängerung sehr, sehr gut. Ich würde ihn gerne für zwei, drei Jahre verlängern zu natürlich humanen Bezügen. Wir können das Geld jetzt nicht rausschmeißen. Er hat bisher auch nur acht Spiele für uns gemacht. War jetzt lange verletzt. Also er kann jetzt keinen Top-Vertrag bekommen, aber würde ich auf jeden Fall versuchen zu halten. Er kann uns auf vielen Positionen Mehrwert geben. Ich würde es auch weiterhin noch gar nicht ausschließen, dass er nochmal ZOM spielen kann oder zumindest Doppel-Acht. Hat er ja früher auch zentral offensiv gespielt beim HSV und seinen Top-Zeiten. Ich fände eine Verlängerung sehr, sehr gut. Ich glaube auch nicht, dass er so mega viel verdient, weil er halt diese schwierige Zeit bei Fürth hatte und dann ja quasi ablösefrei gekommen ist. Beziehungsweise könnte es sogar sein, dass wir noch eine Ablöse zahlen müssen. Je nachdem, wie die Saison ausgeht. Da gab es ja auch gewisse Klauseln mit Fürth. Also ich bin gespannt. Ich würde mich sehr freuen über eine Verlängerung. Benni Weber ist schon wieder am Kochen, macht Nägel mit Köpfen bei vielen wichtigen, entscheidenden Baustellen. Bin auch gespannt. Im Sommer wird es ja auch sicherlich einige Spieler geben, von denen man sich dann trennt oder die man dann, wo man dann eben sagt, wäre besser, wenn die sich was Neues suchen. Auch mit den Leihspielern wird es ja interessant. Da muss ich auch bald mal wieder ein Update machen. So viel erst mal dazu. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Kurzes Nacht-Update hier, Late-Night-Update. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ansonsten gibt es ja heute schon wieder genug neuen Content auf diesem und auf meinem Zweitkanal. Bleibt gesund. Hau he. Und ich bin schon wieder heiß auf Freitag. Mein Kind. Das scored behoffiert praise auf Freitag. Ich bin schon wieder ähnter. Ich bin schon wieder Fan. Kommst nun. Ich bin gebe Apps Cleveland, Vielen Dank.